Guten Morgen Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge Zelda Breath of the Wild Und Wir sind gerade dabei den alten Mann zu stalken Was ist wenn wir ihn hier ansprechen? Was ist denn? Ich bin gerade erst eingeschlafen Okay nein Wenn dann müssen wir ihm Bescheid sagen wegen dem Wegen dem Grillteller Jetzt hier die Chili wieder klauen Was sagt er was wenn wir seine Töpfe hier kaputt machen? Nee Weil letztens war da ja auch noch ne Chili drin Der irgendwo wild Okay scheiß ob nen Fisch bekommen wir hier eh nicht her Aber was passiert wenn wir hier Irgendwie so richtig Freischnauze irgendwas zusammenwerfen Das war wohl ein Griff ins Klo Okay Hoffentlich wird uns diese Chili Zeit reichen Die wir jetzt haben wir haben irgendwie knapp Sieben Minuten oder so Bin jetzt mir nicht sicher aber ungefähr sieben Minuten müssen wir dann so auf dem Tacho haben Das sollte hoffentlich reichen Das sollte hoffentlich reichen So So Okay Sogar stärker Okay Stärker als die Okay Ich glaube die gehen noch sehr schnell kaputt Nehm mal einen davon mit Hier fängt es direkt Auch an Kälter zu werden Okay Wir müssen hier hoch Okay Okay 350 und 450 Okay 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 Umsehen können wir uns hier später nochmal Ich versuche jetzt einfach ganz schnell da oben zum Dings zu kommen Zum Schreien Weil wir können uns ja dann immer eh hier hinter deportieren Hier aus können wir den schon sehen Nee Okay Okay es geht gleich kaputt das Ding Und ist kaputt gegangen Dieses Auge hatten wir noch nicht Ich glaube da ganz oben müsste es sein Sollten wir doch schaffen In diesen zweieinhalb Minuten Komm 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 Nee da hinten ist es Ich finde ja hier komplett falsch Ist hier noch irgendwas Nee Shit Dann Okay Das sollten wir doch aber auch schaffen In eineinhalb Minuten jetzt Da sind aber noch Bockblins Okay Und wenn wir haben ja noch diesen anderen Ähm Noch den anderen Ähm Teller da Okay Okay Ganz fiese Masche hier Euren eigenen Waffen schlagen Oh shit So So Klöbel nehmen wir mit Jetzt ganz schnell nach oben Wir haben noch eine halbe Minute Ja Schaffen wir easy Schaffen wir easy Da liegt noch eine Kiste Ja Nice Also Ist das eine Kiste im Wasser? Ja So Was fehlt uns denn noch? Ja ja Das Eismodul Wenn das überhaupt das Eismodul hieß Ich weiß es nicht Zumindest ist das das letzte was uns jetzt noch fehlt Datenübertragung Es fehlt noch eins Bio-Modul hieß das Okay Was war denn das letzte was uns noch fehlt Dann Ist grad zu blöd War ja noch eins Ach das war das Fotomodul Ähm Die Kamera Wenn ich grad nicht zu blöd bin Dann war es die Kamera Das kommt einmal hier nach oben Oh Mal die Zwei-Händer The fuck Okay Tooled Chaos Antike Feder Reißlanzer Okay Okay Hey Passas Passas Okay Oder haben wir noch was übersehen Denke mal nicht dass wir hier noch was übersehen haben Sieht hier auch irgendwie komisch aus Warum ist hier Sieht so aus Als wäre da hinten noch etwas Kommt man da noch hin Egal ich glaube mal wir haben alles Unser nächstes Zeichen der Bewährung Diese ganzen Mumien Gelaber können wir alle überspringen Da kommt der alte Sack Nun hast du in allen Schreien auf diesem Plateau ein Zeichen der Bewährung erhalten Es ist soweit Link Es ist Zeit dass du die Wahrheit erfährst Sieh auf deine Äh sieh auf Deine Karte Und denke Dir Bekreuzte Linien zwischen den vier Schreien Dort wo Sich diese Linien kreuzen werde ich auf dich warten Hast du verstanden Und Linien zwischen den vier Schreien Sich kreuzen Ein Geist Linien zwischen den vier Ja dann Wenn ich den hier direkt mit dem verbinde Dann Mit dem Keine Ahnung wie das gemeint ist Aber ich Bin mir sehr sicher Dass es die Zitat der Zeit ist Warte Den Stern kann ich hier gar nicht sehen Aber sowas hier Wir müssen wieder hier so ein Wir wollten uns ja hier noch ein bisschen umsehen Vielleicht findet man ja hier noch was What the fuck Aus dem nichts Bekommen wir einfach diese Schneeberle in die Fresse Ich dachte Eigentlich Dass wir noch von dem Alten Sack Das Winterwams An sich geschenkt bekommen Oder war das Auf Wehe Wenn das jetzt da oben war Und ich vorhin da oben drauf war Ne das wär's ja jetzt Weil ich glaube an einer Stelle Bekommt man das von ihm geschenkt Auch wenn man nicht diesen Diese komische Zubereitung für ihn macht Diesen Grillteller Da hab ich noch was im Hintergedanken Dass er dir das eigentlich geschenkt hat Ich sagte jetzt Wenn das jetzt der Berg war Und ich jetzt nicht bis nach ganz oben gegangen bin Äh Und ich glaube nicht Dass er jetzt hier noch ist Ja ne Ah Anopal Wow Wir können uns ja hier hin Teleportieren Ich bin mir glaube ich sehr sicher Dass es der Berg hier war Es kann da nicht wahr sein Weil der hatte dir das eigentlich auch Geschenkt Soweit ich das weiß War hier nicht auch noch ein Krok War hier nicht ganz am Anfang irgendwie mal ein Krok Hm Ich kommt ja später Ich weiß es nicht Oh ich dachte Oder bin ich auch gerade wieder zu blind Aber naja Schade den Schredderling konnten wir uns jetzt nicht fangen Oh da ist ein Schwert Das hier ist aber wahrscheinlich ein Krok Oder Was äh Okay dann Wer Excalibur mit Was ein Fisch sogar Wir müssen von oben reinspringen Sonst nützt das ja nichts Link Oh hier kommen wir mit dem Bombenmodul Weiter Okay wir müssen näher ran Kann ich so was dann im Moor Was haben wir denn hier Eine Truhe Mit einem Moor Laal Ein Frosch Wo waren wir Ah da ist es Spur der Echse Okay Schönen Anlauf nehmen Und da ist der Krok Tschüssi Ja tschau Hier sind noch ein paar alte vergammelte Wächter Aber auch alle mal untersuchen Dann wird es ein bisschen hier was abstauben So die schraube hier ist eine leite da müssen wir gleich wahrscheinlich hoch aber wir können auch hier zeichen der bewährung bieten und uns hier ein neues herz oder ausdauer punkt holen hier wäre die kraft vier zeichen der bewährung was ist jetzt so anfang schlauer ausdauer der herz nehmen ausdauer erstmal ich glaube ob wir jetzt drei oder vier herzen haben ist glaube ich beides beides immer noch sehr wenig glaube ausdauer kann uns jetzt glaube ich mehr helfen ausdauer container der segen der göttin scheint dich tatsächlich ein gutes stück stärker gemacht zu haben hier bin ich komm zu mir hoch alles klar aber bevor wir mit ihm reden würde ich mich erst mal verabschieden damit war es mit der folge wenn es euch gefallen hat dann lasst doch gerne eine positive bewertung abonniere nicht vergessen kein video mehr zu verpassen bis zum nächsten mal und ciao abonniere nicht